Ressourcen sind wahrscheinlich eines der Kernthemen unserer Zeit. Vielleicht sind euch ja auch schon mal die Begriffe Rohstoff und Reserve um die Ohren geflogen. Und ihr habt euch gefragt, was da überhaupt der Unterschied ist. Genau das klären wir im heutigen Video. Viel Spaß! Ein Rohstoff ist ein vom Menschen genutzter Stoff, der bis auf seine Loslösung von seinem natürlichen Umfeld unverarbeitet ist. Erdöl ist also zum Beispiel ein Rohstoff, Benzin aber nicht, denn Benzin wird aus Rohöl hergestellt und ist somit nicht mehr unverarbeitet. Es gibt zwei Arten von Rohstoffen, sogenannte Primär- und Sekundärrohstoffe. Unter Primärrohstoffen wird alles zusammengefasst, was direkt aus unserer Umwelt gewonnen wird. Dazu zählen sowohl nicht-regenerierbare Rohstoffe wie Erdöl, Kohle oder Erze, als auch regenerierbare Rohstoffe wie Holz und Getreide, aber auch Wasser und Wind. Sekundärrohstoffe werden nicht direkt aus natürlichen Rohstoffen gewonnen, sondern durch Recycling. Sie werden sozusagen zum zweiten Mal verwendet, deshalb heißen sie auch Sekundärrohstoffe. Dazu zählen zum Beispiel recyceltes Glas oder Papier. Als Ressource bezeichnet man die Gesamtmenge eines bestimmten Rohstoffes, die es auf der Erde gibt. Man würde also beispielsweise alles Erdöl unseres Planeten als Erdölressourcen bezeichnen. Reserven hingegen sind nur die Ressourcen, die von Menschen bereits entdeckt wurden und wirtschaftlich abbaubar sind. Erdöl, was so tief im Meer lagert, dass es aktuell einfach viel zu teuer wäre, es zu fördern, oder Erdöl, welches in der Arktis vermutet wird, wo aber genauer Ort und Menge noch gar nicht bekannt sind, zählen nicht dazu. Also sind Reserven der Teil der Ressourcen, der vor uns aktuell zur Verfügung steht. Wenn wir also wissen wollen, ob unser Bedarf an Rohstoffen gedeckt ist, müssen wir uns also das Reserve-Verbrauchsverhältnis anschauen. Dort sehen wir, wie hoch der aktuelle und prognostizierte Bedarf der Menschheit an dem entsprechenden Rohstoff ist und wie viele Reserven wir noch zur Verfügung haben. Je mehr sich der Verbrauch den verfügbaren Reserven annähert, desto kritischer wird es natürlich. Aber das Verhältnis kann sich auch ändern. Zum einen entdecken wir immer mal wieder neue Lagerstätten von Rohstoffen oder neue Technologien, durch die wir mehr davon fördern können. Das kann dazu führen, dass ehemals als Ressource gewertete Rohstoffe zur Reserve werden. Denn aufgrund der besseren Technik ist es jetzt vielleicht wirtschaftlich lohnenswert, sie zu fördern. Außerdem kommt es manchmal dazu, dass Rohstoffe einfach nicht mehr so gefragt sind, weil sie durch etwas anderes, Besseres ersetzt wurden. Das nennt man dann Substitution. Oder die Nachfrage nach einem Rohstoff wird auf einmal viel größer. Das ist zum Beispiel mit seltenen Erden passiert. Erst seit es moderne Handys und Computer gibt, sind sie gefragt. Vielleicht werden auch die Recyclingverfahren verbessert, sodass man nicht mehr so viele natürliche Reserven ausschöpfen muss. Dazu kommt, dass bei offensichtlicher Rohstoffknappheit der Rohstoff oft sparsamer eingesetzt wird, sodass man doch weniger als prognostiziert verbraucht. All das kann letztendlich dazu führen, dass sich das Verhältnis von Verbrauch und Reserven verändert. Das war's mit diesem Video. Wir hoffen, ihr habt etwas dazugelernt. Lasst uns gerne eine positive Rückmeldung da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Das war's mit dem Video. Wir hoffen, ihr habt etwas dazugelernt.